Eine Nobeladresse im Frankfurter Norden. Hier sitzen die Leute, die Deutschlands Schulden managen. So effizient wie möglich Geld für den Bund beschaffen. Die Aufgabe der Elite-Truppe in der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. In der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. In der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. Ganze sieben Händler jonglieren hier mit den Staatsmilliarden. Hat der Bund etwa am Morgen zu wenig Geld, um seine Rechnungen zu bezahlen, wird das kurzerhand besorgt. Schnellverschuldung. Heute konkret war es zum Beispiel so, dass wir eine Summe von etwa 4 Milliarden Euro im Markt aufnehmen mussten. Die Bundesrepublik Deutschland braucht heute 4 Milliarden Euro für die Frühstück. Rufen an und wenn der Kontrahent eben gerade dieses Volumen zur Verfügung hat, dann versuchen wir uns auf einen Zinssatz zu einigen. Und dann ist das Geschäft gemacht und das Geld fließt in unsere Kassen. Geräuschlos und diskret werden Milliarden für Deutschland besorgt. Auch die schwindelerregenden Schuldensummen, die die Agentur auf den Markt hin und her verschiebt, sind hier Alltag. An diese Zahlen gewöhnt man sich, ob da drei Nullen mehr dran hängen oder drei Nullen weniger da sind. Das geht in Fleisch und Blut über. Das geht in Fleisch und Blut über. Das lässt einen nicht mehr schlecht schlafen. Auch nicht der Handel mit Schatzanweisungen, den langfristigen Schuldscheinen der Republik. Der Staat der Schuldner ist so begehrt, dass die Banken sich überbieten, um ihm Geld zu leihen. Wir haben heute zum Beispiel sechsmonatige Schatzanweisungen des Bundes verauktioniert. Das heißt, wir bieten die einer bestimmten Bankengruppe an. Und wir wollten eigentlich fünf Milliarden aufnehmen. Und die Banken haben uns Gebote für 17,3 Milliarden reingereicht. Denn für sie kann der Staat nicht genug Schulden machen, die Banken, Profiteure der Verschuldung. Für jeden Kredit kassieren sie Zinsen und Provisionen, jedes Jahr zig Milliarden Euro. Ein Bombengeschäft und ganz diskret abgewickelt. Kein Wunder, dass die Liste der Gläubigerbanken nicht unbedingt an die Öffentlichkeit soll. Denn ihnen gehört Deutschland. Ganz oben die Deutsche Bank, dann morgen Stanley, Dresdner Bank, Merrill Lynch. Die Crème de la Crème der internationalen Hochfinanz. Kreditsummen und Zinsgewinne werden gehandelt wie Staatsgeheimnisse, Interviewanfragen zwecklos.